Hier, von Madame de Trevis. Danke, Marilene. Jetzt bist du also 18 Jahre alt geworden. Das riecht aber gut. Das ist das Jod. Was ist das? Jod, ist sehr gesund. Atme ganz tief durch. Weißt du was? Er hat mich gefragt, ob ich zu ihm ziehe. Ach, wirklich? Genau das richtige Wetter zum Eis essen. Ja. Mein Name ist François Bellinier. Und Sie? Welchen Namen haben Sie? Essen wir zusammen ein Schokoladen-Eis? Nein, vielen Dank. Ich habe heute schon zwei gegessen. Was ist das? Liebst du sie? Sie spricht nicht sehr viel, aber sie ist intelligent auf ihre Art. Es fängt damit an, dass man gemeinsam mal seinem Glas trinkt. Und endet damit, dass man sich Watte in die Ohren steckt, um das Schnarchen des Anderen nicht zu hören. Ich werde nie dahinter kommen, was du denkst. Hast du dich gelangweilt? Du weißt selbst nicht, ob du glücklich oder unglücklich bist. Du bist da, du bist woanders. Du bist da, du bist da, du bist da, du bist da.